O-A-A-D.E. One Every Day keeps the Doctor away. 1.06, erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher und bei 5.813 Gesamtbewertung eine Durchschnittssterne-Bewertung von 4,3 Sternen. Absolut wert. Vom selben Macher der gestrigen App Star Wars X-Wing halt jetzt die dunkle Seite. Face your dark side, release all your force, destroy all the rebels. Let us show them the true might of the Empire. Das musste jetzt sein. Also, im Spiel gestern flog die halt A-Wing, X-Wing etc. pp. Hier fliegt ihr einen Thai-Jäger und müsst ebenfalls verschiedene Missionen erfüllen. Steuerung wieder mit virtuellen Tasten. Grafik nett, Sound für ein gratis, inoffizielles Spiel wirklich nett. Steuerung, keine Katastrophe. Okay, das Ganze für zwischendurch bringt ein bisschen Star Wars Feeling. Es ist gratis, es ist mit Liebe gemacht, so wirkt es für mich. Es sieht mit Retro-Charme aus. Was soll ich sagen? Daumen hoch. Download Empfehlung meinerseits. Ihr gern. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatag, gplus.deo slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag. ENDE 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 D Sjon Corona ENDE 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 ENDE